TELK Deutsch B1 Plus Beruf Übungstest 1 Hörverstehen Teil 1 Sie hören die Aussagen von 5 Personen. Sie hören die Aussagen nur einmal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 41 bis 45 richtig, plus oder falsch, minus sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 41 bis 45 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 41 bis 45. Sie haben dazu 30 Sekunden Zeit. Liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Sendung Mobil in Arbeit und Beruf haben wir Studiogäste eingeladen, mit denen wir über das Thema Dienst- und Geschäftsreisen sprechen wollen. Frau Bauer, sind Sie in Ihrem Beruf viel auf Geschäftsreise? Nummer 41 Rebecca Bauer, Verlagsmitarbeiterin Ja, ich arbeite für einen international tätigen Verlag, und wir haben oft Konferenzen in verschiedenen Städten, nicht nur in Deutschland. Ich finde es toll, viel unterwegs zu sein. Man lernt neue, interessante Leute kennen, manchmal können sogar Freundschaften entstehen. Es gefällt mir auch, immer wieder andere Städte zu sehen. Ich finde, dass Geschäftsreisen den Arbeitsalltag abwechslungsreicher machen. Und wenn ich am Wochenende auf Geschäftsreise bin, kann ich mir dafür später zwei Tage freinehmen. Nr. 42 Georg Hagenbusch, Außendienstmitarbeiter im Chemiegroßhandel In meinem Beruf sind Dienstreisen selbstverständlich. Ich habe mich daran gewöhnt, obwohl das für die Familie natürlich nicht so ideal ist. Aber am Wochenende bin ich fast immer zu Hause und ich verdiene auch sehr gut. Probleme gibt es allerdings manchmal mit den Abrechnungen. Welche Kosten muss der Arbeitgeber übernehmen? Gilt die Fahrzeit zum Einsatzort als Arbeitszeit, auch wenn ich mit dem Zug fahre? Werden Taxifahrten ersetzt oder muss man öffentliche Verkehrsmittel nehmen? Hier ist mir manchmal nicht ganz klar, wie das gesetzlich geregelt ist. In meiner Arbeit habe ich vor allem mit Auftragsabwicklung und Erstellung von Angeboten zu tun. Als ich angefangen habe, hier zu arbeiten, hieß es, dass ich hauptsächlich im Innendienst arbeiten soll. Inzwischen muss ich immer häufiger bei Geschäftsreisen dabei sein. Oft sind die Besprechungen aber nicht wirklich notwendig. Vieles könnte man auch per E-Mail klären. Die vielen Überstunden für An- und Abreise werden ja doch nicht wirklich bezahlt. Das überzeugt mich natürlich nicht so richtig. Nummer 44 Sabine Maurer Bankangestellte Wenn ich auf das eingehen darf, was Sie gerade gesagt haben, Frau Lunkewitz. Ja, es stimmt. Eigentlich braucht man heute nicht mehr so viele Geschäftsreisen. Meine letzte Geschäftsreise liegt zwei Jahre zurück. Bei uns werden immer häufiger Videokonferenzen abgehalten. Die Mitarbeiter sitzen an verschiedenen Orten und tauschen sich über Video aus. Das spart Reisezeit und Reisekosten. Es gibt allerdings noch einige technische Probleme. Ich glaube aber, dass Videokonferenzen zunehmen werden. Gerade heute, wo Betriebe immer mehr auf die Kosten achten müssen. Nr. 45 Horst Grimbach Monteur Geschäftsreise oder Videokonferenz? Ich glaube, das kann man nicht miteinander vergleichen. Es hängt von der konkreten Tätigkeit ab. Als Monteur kann ich ja schlecht meine Arbeit über Video machen. Und wenn mein Chef mit Kunden über konkrete Aufträge verhandelt, muss er sich die Baustelle vor Ort ansehen. Per Videokonferenz kann man natürlich interne Angelegenheiten besprechen. Aber ob Videokonferenzen wirklich billiger sind? Die technische Ausstattung können sich doch nur Großbetriebe leisten. Ende des Tests Hörverstehen Teil 1 Hörverstehen Teil 2 Sie hören ein Gespräch. Sie hören das Gespräch zweimal. Entscheiden Sie beim Hören, ob die Aussagen 46 bis 55 richtig, plus oder falsch, minus sind. Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 46 bis 55 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 46 bis 55. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Vielen Dank. Sie haben dazu eine Minute. Frau Kahn in unserem Interview. Sie hat für ihre Doktorarbeit am Institut für Arbeitsmedizin der Technischen Universität Dresden eine Methode für den besseren Gesundheitsschutz von Erzieherinnen und Erziehern entwickelt. Mit uns spricht sie nun über die Ergebnisse dieser Studie. Frau Kahn, Erzieherinnen fordern besseren Gesundheitsschutz und mehr Gehalt. Worunter leiden Sie besonders? Eine Studie an der TU Dresden und zahlreiche andere Untersuchungen haben ähnliche Ergebnisse gezeigt. Fast jede zweite Erzieherin hat Rückenschmerzen, weil sie oft auf zu kleinen Stühlen sitzen und viel heben müssen. Aber auch psycho-vegetative Beschwerden sind häufig. Die kommen wahrscheinlich vom Lärm. Festgestellt haben wir auch hohe Anspannung, Kopfschmerzen und Erschöpfung. Ist das Burnout-Syndrom unter Erzieherinnen häufig? Nein, das gerade haben wir weniger als erwartet feststellen können. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass viele Erzieherinnen sagen, sie lieben ihren Beruf und es macht ihnen Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Trotz der Belastung? Genau. Die Bindung an den Beruf ist sehr hoch. Das finde ich wirklich interessant, denn diese Kombination gibt es nicht so häufig. Was muss denn passieren, damit Erzieherinnen ihren Job, den sie lieben, auch wieder gern ausüben? Ganz klar wünschen sich Erzieherinnen kleinere Gruppen, eine bessere Ausstattung und mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung. Schließlich sollen sie auch die Entwicklung der Kinder dokumentieren. Das wird ja jetzt immer stärker gefordert, aber die äußeren Bedingungen dafür stimmen einfach noch nicht. Und insgesamt wünschen sich Erzieherinnen mehr Anerkennung. Das müsste sich dann natürlich auch am Gehalt zeigen. Genau. Sie werden einfach zu schlecht bezahlt. Aber es geht nicht nur ums Geld. Ich habe ja die Methode der Gesundheitszirkel erforscht. Bei dieser Methode werden die Erfahrungen aller Mitarbeiterinnen genutzt, um ihre Arbeitsplätze besser für die Gesundheit zu machen. Dabei sammeln die Erzieherinnen zusammen mit Moderatoren alle Probleme, die es bei ihnen gibt. Dann wird darüber gesprochen, wie die Probleme gelöst werden könnten. Ich war damit schon in vielen Kindergärten erfolgreich. Oft zeigt sich, dass schon durch kleine Änderungen die Arbeitsbedingungen verbessert werden können. Viele Erzieherinnen klagen aber auch über die Eltern. Sie wären oft sehr anspruchsvoll und gleichzeitig würden sie die Erziehung ihrer Kinder aber am liebsten an den Kindergarten abgeben. Wie kann man mit diesem Problem umgehen? Das ist schwierig. Vor allem, wenn die Eltern nicht erreichbar sind. Ich glaube, ein Problem ist, dass Erzieherinnen nicht ausreichend dafür ausgebildet wurden, mit schwierigen Eltern umzugehen. Deshalb kommt es dann oft dazu, dass Erzieherinnen glauben, sich gegenüber den Eltern verteidigen zu müssen. Die Erzieherinnen fühlen sich häufig angegriffen. Werden sie doch auch. Das mag sein. Aber ich glaube, Erzieherinnen könnten sich auch anders präsentieren. Sie machen eine sehr wichtige Arbeit. Die Eltern vertrauen ihnen ihre manchmal noch sehr kleinen Kinder an. Erzieherinnen haben ja täglich Kontakt mit den Eltern, wenn die Kinder gebracht und abgeholt werden. Das ist eine gute Möglichkeit, um ihre Kompetenz im Umgang mit Kindern deutlich zu machen. Ich finde, Erzieherinnen könnten offensiver auftreten. Das würden sie bestimmt auch gern. Aber dafür wiederum brauchen sie auch mehr Anerkennung. Ja, das hängt miteinander zusammen. Ein positiver Ansatz dafür ist meiner Meinung nach der Ausbau von Kindergärten zu Familienzentren. Dort könnten zum Beispiel abends Kurse für Eltern angeboten werden, eventuell sogar von Erzieherinnen geleitet. Sie würden dadurch als kompetente Gesprächspartner gesehen werden. Aber natürlich müssten Ausbildung und Arbeitszeit dann auch dazu passen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Wenig Gehalt, ständige Rückenschmerzen und trotzdem die Liebe zum Job. Was Erzieherinnen brauchen, um ihren Job wieder gerne auszuüben, erzählt Atia Khan in unserem Interview. Sie hat für ihre Doktorarbeit am Institut für Arbeitsmedizin der Technischen Universität Dresden eine Methode für den besseren Gesundheitsschutz von Erzieherinnen und Erziehern entwickelt. Mit uns spricht sie nun über die Ergebnisse dieser Studie. Frau Khan, Erzieherinnen fordern besseren Gesundheitsschutz und mehr Gehalt. Worunter leiden Sie besonders? Eine Studie an der TU Dresden und zahlreiche andere Untersuchungen haben ähnliche Ergebnisse gezeigt. Fast jede zweite Erzieherin hat Rückenschmerzen, weil sie oft auf zu kleinen Stühlen sitzen und viel heben müssen. Aber auch psycho-vegetative Beschwerden sind häufig. Die kommen wahrscheinlich vom Lärm. Festgestellt haben wir auch hohe Anspannung, Kopfschmerzen und Erschöpfung. Ist das Burnout-Syndrom unter Erzieherinnen häufig? Nein. Das gerade haben wir weniger als erwartet feststellen können. Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass viele Erzieherinnen sagen, sie lieben ihren Beruf und es macht ihnen Spaß, mit Kindern zu arbeiten. Trotz der Belastung? Genau. Die Bindung an den Beruf ist sehr hoch. Das finde ich wirklich interessant, denn diese Kombination gibt es nicht so häufig. Was muss denn passieren, damit Erzieherinnen ihren Job, den sie lieben, auch wieder gern ausüben? Ganz klar wünschen sich Erzieherinnen kleinere Gruppen, eine bessere Ausstattung und mehr Zeit für die Vor- und Nachbereitung. Schließlich sollen sie auch die Entwicklung der Kinder dokumentieren. Das wird ja jetzt immer stärker gefordert. Aber die äußeren Bedingungen dafür stimmen einfach noch nicht. Und insgesamt wünschen sich Erzieherinnen mehr Anerkennung. Das müsste sich dann natürlich auch am Gehalt zeigen. Genau. Sie werden einfach zu schlecht bezahlt. Aber es geht nicht nur ums Geld. Ich habe ja die Methode der Gesundheitszirkel erforscht. Bei dieser Methode werden die Erfahrungen aller Mitarbeiterinnen genutzt, um ihre Arbeitsplätze besser für die Gesundheit zu machen. Dabei sammeln die Erzieherinnen zusammen mit Moderatoren alle Probleme, die es bei ihnen gibt. Dann wird darüber gesprochen, wie die Probleme gelöst werden könnten. Ich war damit schon in vielen Kindergärten erfolgreich. Oft zeigt sich, dass schon durch kleine Änderungen die Arbeitsbedingungen verbessert werden können. Viele Erzieherinnen klagen aber auch über die Eltern. Sie wären oft sehr anspruchsvoll und gleichzeitig würden sie die Erziehung ihrer Kinder aber am liebsten an den Kindergarten abgeben. Wie kann man mit diesem Problem umgehen? Das ist schwierig. Vor allem, wenn die Eltern nicht erreichbar sind. Ich glaube, ein Problem ist, dass Erzieherinnen nicht ausreichend dafür ausgebildet wurden, mit schwierigen Eltern umzugehen. Deshalb kommt es dann oft dazu, dass Erzieherinnen glauben, sich gegenüber den Eltern verteidigen zu müssen. Die Erzieherinnen fühlen sich häufig angegriffen. Werden sie doch auch. Das mag sein. Aber ich glaube, Erzieherinnen könnten sich auch anders präsentieren. Sie machen eine sehr wichtige Arbeit. Die Eltern vertrauen ihnen ihre manchmal noch sehr kleinen Kinder an. Erzieherinnen haben ja täglich Kontakt mit den Eltern, wenn die Kinder gebracht und abgeholt werden. Das ist eine gute Möglichkeit, um ihre Kompetenz im Umgang mit Kindern deutlich zu machen. Ich finde, Erzieherinnen könnten offensiver auftreten. Das würden sie bestimmt auch gern. Aber dafür wiederum brauchen sie auch mehr Anerkennung. Ja, das hängt miteinander zusammen. Ein positiver Ansatz dafür ist meiner Meinung nach der Ausbau von Kindergärten zu Familienzentren. Dort könnten zum Beispiel abends Kurse für Eltern angeboten werden. Eventuell sogar von Erzieherinnen geleitet. Sie würden dadurch als kompetente Gesprächspartner gesehen werden. Aber natürlich müssten Ausbildung und Arbeitszeit dann auch dazu passen. Ende des Tests Hörverstehen Teil 2 Hörverstehen Teil 3 Sie hören fünf kurze Texte. Sie hören die Texte zweimal. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 56. Hören Sie jetzt den Text. Am Telefon hören Sie folgende Mitteilung. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Am Telefon hören Sie folgende Mitteilung. Guten Tag, Herr Schmidt. Hier Mohnhaupt, Zentrale. Herr Schmidt, ich habe hier Herrn Peters aus Bremen am Apparat. Der Kunde wartet schon über eine Woche auf die Lieferung eines Heißgetränkeautomaten. Er braucht das Gerät dringend. Können Sie ihm weiterhelfen? Ich verbinde Sie. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 57. Hören Sie jetzt den Text. Auf einer Präsentation hören Sie die folgenden Hinweise. Und noch kurz einige Informationen zur Bedienung unseres Sitz-Stehtisches Ergo 2000. Die Höhe können Sie leicht verstellen, indem Sie auf die Pfeiltaste nach oben bzw. unten drücken. Wenn Sie die Tischhöhe, die Sie für Ihre Arbeit benötigen, speichern wollen, drücken Sie auf die Taste M. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt und geben Sie danach eine Zahl zwischen 1 und 9 ein. Dann können Sie die Tischhöhe, die zu Ihnen passt, immer wieder aufrufen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Auf einer Präsentation hören Sie die folgenden Hinweise. Und noch kurz einige Informationen zur Bedienung unseres Sitz-Stehtisches Ergo 2000. Die Höhe können Sie leicht verstellen, indem Sie auf die Pfeiltaste nach oben bzw. unten drücken. Wenn Sie die Tischhöhe, die Sie für Ihre Arbeit benötigen, speichern wollen, drücken Sie auf die Taste M. Halten Sie die Taste 3 Sekunden gedrückt und geben Sie danach eine Zahl zwischen 1 und 9 ein. Dann können Sie die Tischhöhe, die zu Ihnen passt, immer wieder aufrufen. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 58. Hören Sie jetzt den Text. Auf Ihrem Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Guten Tag Herr Mayer, hier Kaufmann von der Mondtextil KG. Ich wollte Sie nur ganz schnell informieren, dass sich unsere Tagungsadresse morgen geändert hat. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Auf Ihrem Anrufbeantworter hören Sie die folgende Nachricht. Guten Tag Herr Mayer, hier Kaufmann von der Mondtextil KG. Ich wollte Sie nur ganz schnell informieren, dass sich unsere Tagungsadresse morgen geändert hat. Wir treffen uns nicht im Steigenberger Hotel in der Innenstadt, sondern im Intercity Hotel, direkt am Hauptbahnhof. Nehmen Sie den Ausgang Süd, direkt gegenüber finden Sie das Hotel. Dort haben wir den Konferenzraum Bremen angemietet. Beginn wie vereinbart, 9 Uhr. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 59. Hören Sie jetzt den Text. Sie sitzen im ICE Frankfurt-Köln. Sie wollen nach Essen und hören folgende Durchsage. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen einer Signalstörung hat unser ICE augenblicklich 20 Minuten Verspätung. Wir werden Düsseldorf Hauptbahnhof leider erst um 18.22 Uhr erreichen. Der Anschlusszug nach Essen, RE 10133, Abfahrt 18.24 Uhr von Gleis 18, wird erreicht. Die anderen Anschlusszüge können leider nicht warten. Bitte achten Sie auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie sitzen im ICE Frankfurt-Köln. Sie wollen nach Essen und hören folgende Durchsage. Sehr geehrte Fahrgäste, wegen einer Signalstörung hat unser ICE augenblicklich 20 Minuten Verspätung. Wir werden Düsseldorf Hauptbahnhof leider erst um 18.22 Uhr erreichen. Der Anschlusszug nach Essen, RE 10133, Abfahrt 18.24 Uhr von Gleis 18, wird erreicht. Die anderen Anschlusszüge können leider nicht warten. Bitte achten Sie auf die örtlichen Lautsprecherdurchsagen. Lesen Sie jetzt die Aufgabe 60. Hören Sie jetzt den Text. Sie rufen bei einem Zulieferer an und hören folgende Nachricht. Herzlich willkommen bei der Arona GmbH. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 4 Uhr. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten oder eine Frage zu unseren Produkten haben, nennen Sie uns bitte Ihren Namen, Ihre Kundennummer und Ihre Telefonnummer. Dann werden wir Sie schnellstmöglich zurückrufen. Oder schicken Sie eine E-Mail an an atarona.de. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Sie rufen bei einem Zulieferer an und hören folgende Nachricht. Herzlich willkommen bei der Arona GmbH. Sie rufen außerhalb unserer Geschäftszeiten an. Sie erreichen uns montags bis freitags von 7 bis 18 Uhr und samstags von 9 bis 4 Uhr. Wenn Sie eine Bestellung aufgeben möchten oder eine Frage zu unseren Produkten haben, nennen Sie uns bitte Ihren Namen, Ihre Kundennummer und Ihre Telefonnummer. Dann werden wir Sie schnellstmöglich zurückrufen. Oder schicken Sie eine E-Mail an an atarona.de. Vielen Dank für Ihren Anruf. Auf Wiederhören. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.